Hallo zusammen und willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Da sind wir wieder. Ich hab dich zurück. Ja, ich freu mich. Ich hab den Virus gefixt und mir geht's super. Ich grüße euch Leute. Ich danke euch für eure Genesungswünsche und ich freu mich wieder an Sawyers Seite zu sein und für euch den Worst Report machen zu dürfen. Ja, nichts gegen Weasen, aber das ist doch wirklich ein unschlagbares Team hier. Von daher vielen Dank, Weasen, für deine Hilfe und deine Unterstützung. Hast du super gemacht. Styleguide, Shoppingqueen war alles dabei. Ich danke dir. Sehr gut. Und ich würde sagen, wir hauen jetzt gleich mal rein mit unserem Hot Topic diesmal. Ganz genau. Und zwar am 14. Februar, Valentinstag, wird normalerweise zusammengeführt, was zusammengehört. Diesmal wird etwas leider getrennt. Und zwar Star Citizen und Squadron 42. So ist es. Das heißt, wer ein Starterpaket damals gekauft hat oder jetzt erst noch vor kurzem gekauft hat, der wird beide Elemente in einem haben. In Zukunft wird das dann getrennt sein und nicht mehr im Gesamtpaket zu haben sein. So ist es ja. Lass die Leute es euch wissen, auch die noch einsteigen wollen und die bisher gewartet haben. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt zumindest noch ein Starterpaket zu sichern. Wir haben das auch alle mal gemacht für Freunde, die wir vielleicht später noch damit infizieren möchten. Denn, wie gesagt, die Pakete werden jetzt getrennt. Das heißt, Squadron 42 wird dann entweder ab 14. als Standalone-Game, also wirklich ein eigenständiges Spiel, oder als Add-on für Star Citizen verfügbar sein. Jetzt gibt es aktuell noch die Möglichkeit, sich Starterpaket zu suchen, wo beides drin ist. Also hinterher sein, Leute. So ist es. Dann, ja, was haben wir als nächstes? Weekly Updates. Unser Weekly Update. Und wer es noch nicht mitgekriegt hat, Alpha 2.1.2 Patch ist da. Genau. Der enthält großteilig Bugs-Fixing, der enthält großteilig auch ein paar Stabilitäts-Updates und ein bisschen was in den, genau, hat es von den Schiffen wurde gemacht. Also da geht es großteilig um kleinere Dinge. Der nächste große Patch wird 2.2 sein, der dann vermutlich jetzt im Laufe des Februars zu uns kommen wird. Also nur zur Vollständigkeit. Es geht auch da ein Stückchen weiter. Und ihr könnt uns ja mal reinschreiben in die Kommentare, ob sich mit 2.1.2 was großartig geändert hat für euch. Und ja, was hast du als nächstes für uns? Als nächstes habe ich zehn Fragen an Chris Roberts, die gestellt wurden. Und eine Frage war davon, die werde ich irgendwie auch immer wieder gefragt. Also wie ist das eigentlich? Mein PC, meine alte Kiste oder überhaupt mein normales System. Wird das irgendwie ausreichen, um dann Star Citizen spielen zu können? Oder brauche ich ein High-End-PC-System? Ja, und da haben sie ganz klar gesagt, also es ist noch nicht optimal alles. Also noch nicht alles optimiert, aber sie streben dahin, dass man kein High-End-System am Ende braucht, um es spielen zu können. Genau, richtig. Was schon mal super ist. In den Details kann man noch dazu sagen, momentan geht Star Citizen großteilig über den CPU. Das heißt, euer CPU wird sehr belastet durch das Spiel. Das wird in der Zukunft zum Beispiel besser werden, dass die GPUs, also auch die grafischen Prozessoren, mehr zu tun haben. Momentan sitzt er auf meiner GeForce noch rum und langweilt sich, aber das wird sich dann hoffentlich bald ändern. Dadurch wird das ganze System ein bisschen optimiert, ist nur einer von den Schritten, die sie machen wollen. Da ist auf jeden Fall noch eine lange Reise. Wir wollen hoffen, dass sie es relativ bald schnell in den Griff kriegen, damit viele Leute die Möglichkeiten haben zu zocken. Ja, wie ging es dann weiter? Ich habe jetzt hier auf der Liste das Reparatur-Gameplay. Ganz genau. Richtig, ja. Das war ein sehr, sehr spannender Punkt, denn da geht es darum, dass ihr selber in Zukunft an Bord eurer Schiffe, auch im Kampf Notfälle in den Griff kriegen könnt, Reparaturen durchführen könnt. Das soll alles natürlich passieren. Und es soll dann auch möglich sein, dass zum Beispiel der Käpt'n selbst Kontrollen abgibt an seinen Ingenieur oder dass eben andere Leute damit beauftragt werden, die entsprechenden Aufgaben auszufüllen. Und von dort aus geht es dann so weit, dass man auch wirklich Rohrleitungen und Sicherungen und den ganzen Kram an Bord wirklich live austauschen kann, wenn dann eine Sicherung durchfliegt, weil der hintere Kanonenturm funktioniert nicht mehr, dann kann man das halt inzwischen dann wieder reparieren. Und die erste Implementierung dieses Systems dann aber erstmal für persönliche Gegenstände, also ein Schraubzieher zum Beispiel, ne? Genau, was ihr am Körper tragt und ähnliches, die wird es dann mit dem System für den Patch 2.3 geben. Das heißt, es wird auch nicht mehr so lange dauern. Da wird es dann so Stückchen für Stückchen für Stückchen eingefügt, bin ich ganz gespannt. Ja, und dann gab es noch ein bisschen was zu Star Marine. Genau, Star Marine, die elende Frage für Chris Roberts. Ja, was ist denn jetzt damit los? Ist das gecancelt oder nicht? Und er hat relativ gefasst darauf geantwortet. Schaut einfach mal rein. Und meinte, nein, es ist nicht gecancelt. Also die FPS-Funktionen, Module, die wurden ursprünglich getestet in Star Marine. Jetzt haben sie aber in der Zwischenzeit gemerkt, ach, wir können es auch so alles einbauen in den anderen Funktionen. Und wenn es für die Alpha durchgeht, also wenn das dann gecheckt ist, dann werden sie es wieder hinzufügen. Genau, also das bedeutet, sie werden wirklich in den Patches einzeln, immer weiter das FPS-Gameplay, die Mechaniken und alles implementieren, einbauen in die Crusader Alpha, die wir jetzt haben. Und dann, wenn alles zusammenpasst und es wirklich auch die Tests besteht, die wir jetzt selber im PTU und auch in der Alpha durchführen, dann kommt Star Marine noch als echt zusätzlicher Game-Mode wirklich wie der Arena-Commander zu uns. Das heißt, da gibt es dann Leaderboards, da gibt es dann auch die Möglichkeit, direkt auf einer FPS-Map mit euren Freunden zu spielen, Private-Matches zu machen und der ganze Kram, den man von Arena-Commander schon kennt. Das wird dann noch ein bisschen dauern, so wie ich das verstanden habe. Ja, aber es ist nicht gecancelt. Ausrufezeichen. Genau, sehr gut. So machen wir das. Und ja, gehen von da aus mal weiter zu Around the Verse. Genau. Das war dann die Episode 16 der zweiten Staffel. Ja, Gruppen- und Lobby-Systeme, dein Steckenpferd hier. Ja, ihr wisst alle, wir hadern alle mit dem Lobby-System, wie es momentan ist, auch das Gruppensystem. Sie werden weiter daran sitzen, das ist ganz hohe Priorität. Da gab es auch dann wirklich eine Info dazu, dass es dann nämlich mit den nächsten Patches schon eine Verbesserung geben soll, wo gerade insbesondere das Gruppensystem verbessert werden soll. Das heißt, man lädt sich zusammen in eine Gruppe ein im Spiel, in eine Party und dann soll es von dort aus einfacher sein, gemeinsam als Gruppe auf eine Instanz zu kommen, als es jetzt momentan möglich ist. Das heißt, es ist für alle von euch da draußen, die jetzt gerade versuchen, mit ihren Freunden raufzugehen, vielleicht eine ganz wichtige Info. Ja, und dann ging es weiter mit dem nächsten spannenden Planeten. Ganz genau, Hurston. Und zwar, ja, die Whiteboxing-Phase ist abgeschlossen. Und jetzt arbeiten sie an den Shops, also Kleidung, Schiffswaffen. Also das ist jetzt gerade in Arbeit, also könnt ihr euch drauf freuen. Ja, so ist es. Denn Hurston ist ein ganz, ganz großer Schiffswaffenhersteller. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich so eine Art Store sehen, wo die ganzen Dinger dann ausgestellt sind. In Showroom. Genau, das ist, glaube ich, dann, wenn man so möchte, so ein bisschen Weizenporn, könnte man sagen. Da freut er sich bestimmt drauf, sich das alles anzugucken. Und ja, außerdem kann man sagen, Nyx ist fast fertig. Das heißt, Nyx ist jetzt noch gerade an der Reihe und sobald das fertig ist, geht es dann in Richtung Hurston. Ja, und dann habe ich, glaube ich, noch ein Thema, nämlich dieses IFCS, ne? Ach so, na dann, schießen wir los. Selbstanpassen, Flugmodi, darauf stehst du doch. Ja, die Flugmodi, also Precision, SCM, Space Combat Manoeuvring, Cruising Speed und so weiter. Das kennen wir alles jetzt über das IFCS, was man jetzt in der Alpha hat. Und sie haben uns da ins Info gegeben, dass das in Zukunft anpassbar sein wird. Das heißt, je nachdem, wie ihr gerne fliegt, je nachdem, welche Geschwindigkeiten und welche Modi ihr haben wollt, wie viel Manövrierfähigkeit in welchem Modus ihr haben wollt, das könnt ihr in Zukunft anpassen. Das wird sich mit der Zeit allerdings erst implementieren lassen, das dauert noch ein bisschen. Aber das ist noch nicht alles in Steingemeißheitsform. Genau, und damit ändert sich natürlich dann auch das Flugverhalten, ne? So ist es, richtig. Ja, so, was hatten wir als nächstes? Reverse Beverse? Oh ja, genau, Reverse Beverse. Unsere nächste Folge, genau, Buyback Tokens war ein wichtiger Punkt. Da wird es jetzt so sein, es wird einmal im Quartal, wird es quasi die Möglichkeit geben, dass ihr mit den Store Credits was zurückkauft. Also wenn ihr einen schlechten Tag mal hattet oder einen sehr guten Tag und gesagt habt, nö, ich brauche meine Mustang Beta nicht mehr, die lasse ich jetzt mal und ich suche mir ein neues Schiff. Jetzt, wenn ihr denkt, ah scheiße, hätte ich mal nicht weggeben sollen, könnt ihr sie wieder zurückkaufen. Genau. Wichtig an dieser Stelle, ihr könnt die Tokens nicht sammeln. Also jetzt nicht hier hamstern und horten und irgendein anderes Mal eintauschen, das geht nicht. Also einmal im Quartal ist das möglich. Ja, genau. Also wie gesagt, für Schiffe, die ihr eingeschmolzen habt, wo ihr sagt, ne, will ich aber doch noch wieder haben, möchte ich haben. Einmal im Quartal habt ihr jetzt mit dem Token die Möglichkeit. Wenn ihr da Schwierigkeiten habt, auf jeden Fall auch, den könnt ihr uns erstmal in die Kommentare schreiben und ansonsten den Customer Support anschreiben, die sind da immer sehr, sehr hilfreich. Helfen wir euch auch gerne bei, wenn es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Ja, und ansonsten ging es dann weiter mit der Reliant. Da gab es ein schönes Update, denn die Reliant ist auch fast fertig. Hatten wir auch im Monatsreport schon angekündigt. Das ist wirklich ganz kurz vor der Veränderung. Und sie hoffen, sie in Patch 2.2 schon ins Spiel bringen zu können. Vermutlich erstmal in Form von einem Schiff, was Hangar-Ready wird. Vielleicht wird sie auch gleich Flight-Ready, bei denen weiß man nie. Könnte auf jeden Fall so sein. Ja, und dann gab es noch eine witzige Info zum Holotable. Genau. Der Holotable, wie soll man es sagen? Auf den Punkt gebracht, er ist fürchterlich. Das wissen sie auch. Sie versuchen dran zu arbeiten und das war deren News dazu. Und das lassen wir einfach mal so stehen. Das lassen wir mal so stehen, genau. Wir fassen dann euch nochmal kurz die Reverse-Diverse-Subscriber-Edition zusammen. Die vierte. Und da war wer zu Gast? Sean Tracy, der Technical Director. Und genau, also da wurde ein tolles Interview mit ihm gemacht und verschiedene Fragen geklärt zu verschiedenen Themen. EVA-System, Landezonen. Also schaut da einfach mal rein. Wird super alles beantwortet, wen es interessiert. Und ja. Ja, genau. Die SCB-Jungs haben es vollständig übersetzt. Also guckt mal rein. Eine Info ziehen wir noch mit raus, weil wir das letzte Woche als Hot Topic waren. Und das sind die Sightech-Peripherie-Geräte. Da wird sich der Vorverkauf noch verzögern. Es wurde jetzt auch letzte Woche schon angekündigt, dass es jetzt nicht sofort startet. Denn momentan sind sie in Gesprächen mit Sightech, was den Liefertermin angeht. Und sie wollen halt den Vorverkauf relativ nah zum Liefertermin starten. Das heißt, sie müssen erstmal wissen, wann kommen die Dinger geliefert werden. Und dann fangen sie mit dem Vorverkauf an. Soll jetzt aber innerhalb des Februars passieren. Ja, und von daher müssen wir da mal ein bisschen abwarten, wie es dann davon aus losgeht. Und um euch die Wartezeit zu verkürzen. Es gab ein neues Video. Unter anderem ein neues Video. Wiesn und Sawyer haben sich mit den Wasserpistolen, Schiffswaffen, mit den Waffen beschäftigt. Mit den Energiewaffen und den Projektilwaffen. Also wer es noch nicht gesehen hat, ist ein toller Einsteiger-Guide. Alles zum Thema Waffen. Und schaut auf jeden Fall rein. Genau. Von da aus werden wir dann noch einige Tutorials auch machen, die dann ein bisschen konkreter auf die Waffen eingehen nochmal. Und auf die entsprechenden Schiffe, die Setups für euch. Und ja, ansonsten gab es noch einen schönen Monatsreport diesmal. Leider noch alleine. Ich hoffe ja in Zukunft, dass ich dich an meiner Seite zählen kann. Klar. Das geht wieder gesund. So ist es ja. Das heißt, wir übernehmen zusammen als Team in Zukunft die Monatsreporte für euch. Den Monatsreport Dezember gilt ja auch technisch eigentlich noch für letztes Jahr. Das ist ja immer noch 2015. Ist ja schon ein kalter Kaffee eigentlich. Aber den könnt ihr euch trotzdem mal angucken, weil es da ganz wirklich in spannende Sachen geht, wie es jetzt im Jahr 2016 weitergehen soll. Das heißt, viel Ausblick insbesondere. Ja, und den nächsten übernehmen wir dann zusammen. Ja. Aber den hast du sehr schön gemacht. Dankeschön. Habe ich auch schon geliked. Sehr gut. Ja, und von dort aus geht es dann nochmal in die Spectrum Dispatches, das heißt in die Stories. Ach genau. Untold Stories aus dem Universum. Schaut da mal rein. Also das wurde ganz toll übersetzt auch wieder. Und ja, alle Geschichten, die noch nicht erzählt wurden aus dem Universum, die werden da veröffentlicht. Und diesmal ging es um... Search and Rescue. Ja, ein Such- und Rettungseinsatz. Das heißt genau unser Spezialgebiet. Das ist eine total spannende Geschichte. Schaut mal rein. Vielen Dank an die Redakteure und Autoren, die das übersetzt haben. Es macht wirklich sehr viel her, dass es einen Hintergrund nochmal ein bisschen gibt. Und es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte mit einem üblen Cliffhanger am Ende. Aber mehr will ich jetzt auch gar nicht sagen. Von daher würde ich gehen nochmal auf den Livestream hinzuweisen. Vierter, Zweiter. Jawohl. Diese Woche wieder startet. Am Donnerstag, den 4.2. um 20.15 Uhr geht Let's Crash und unser Crash Academy Twitch-Channel endlich wieder auf Sendung. Und schaut mal rein, denn wir haben einige an Überraschungen für euch geplant. Wir haben auch ein bisschen das Programm geplant, wie es von da aus weitergehen soll mit Twitch und unserer Präsenz da. Da könnt ihr also mal reingucken. Das wird ein schönes Erlebnis und ein schöner Abend, hoffe ich. Ja, und dann haben wir noch... Unser Interaction müssen wir noch auswerten. Und zwar, ja, letzte Woche war eben die Frage, was haltet ihr denn davon? Sightech, Peripherie, ist das alles so Tastatur, Joystick, steht ihr darauf oder eher nicht so? Und ja, 26% haben gesagt, ja, muss ich haben. 56% meinten, naja, ich teste das erstmal und dann gucke ich weiter. Und 18%, genau, meinten, nö, eigentlich bin ich glücklich mit dem Setup, was ich habe. Und ja. Man kann also sagen, das grundsätzliche Interesse ist schon relativ hoch. Man kann das verstehen bei der Firma Sightech, dass man das gerne testen will, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben sehr wechselhafte Erfahrungen gemacht mit dem Sightech-Setups, die es bisher gibt. Also da gibt es einige, die sind sehr begeistert. Es gibt auch viele, die sagen, nicht so meins. Also von daher, ich glaube, Testen ist da eine vernünftige Variante bei sowas. Das ist ja auch nicht ganz günstig, das alles. Wir werden mal gucken, wann es dann überhaupt rauskommt. Ja, das war auch irgendwie noch nicht klar. Genau, so ist es. Ja, in diesem Sinne wirklich schön, dass du wieder dabei bist. Ja, danke. Bisschen aufregend so. Da sind wir wieder on the air so. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Liked uns, disliked uns, schreibt uns vor allem viel in die Kommentare. Und sagt uns, was ihr für Feedback für uns habt. Und ansonsten, wenn ihr uns ganz besonders unterstützen möchtet, dann abonniert bitte den Channel. Das hilft uns in erster Linie. Und wenn ihr wirklich was für uns tun wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil und schaut mal nach, was euch da so gefällt. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt mit der ersten Folge mit dir in diesem Jahr. Gemeinsam mit einem 3, 2, 1. See you on the Flight Deck. See you on the Flight Deck.